Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Tesla. Ein Ingenieur hat zugegeben, dass beim Autopilot-Video geschummelt wurde. Sanofi ist unter Druck gekommen. Im Jahr 2023 erwartet man ein schwächeres Ergebnis. Danach geht es um die Big Tech-Zahlen von Amazon, Apple und auch Alphabet, die haben ja gestern Abend alle vorgestellt. Und zu guter Letzt schauen wir uns ebenfalls nochmal andere Quartalzahlen an, unter anderem von Starbucks, GoPro und auch Qualcomm. Ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch an mit Tesla. Und zwar wurde zu einem Tesla-Video ja damals gesagt, welches 2016 erstellt wurde, dass das den Autopiloten repräsentieren soll. Dort gab es dann viele Klagen, dass das ganze Autopilotensystem gar nicht so weit ist. Und nun gibt es eine Aussage von einem Tesla-Ingenieur. Der hatte die Aussage zwar eigentlich bereits im Jahr 2022 getätigt, allerdings wurde das Transkript jetzt erst veröffentlicht. Und dort hat er selber gesagt, dass das gar nicht so ist, wie behauptet wurde, also wie Elon Musk auch gesagt hat, dass es keine menschliche Hilfe gab, sondern man hatte im Vorfeld eine 3D-Strecke erstellt und spezielle Fähigkeiten zum Umgang mit roten Ampeln und Stoppschildern seien ebenfalls integriert worden. Diese gab es noch nicht im Jahr 2016, also diese Funktion. Und damit kann man natürlich sagen, dass das Ganze mehr oder weniger halt Betrug war. Die Demo, die man hier im Prinzip gegeben hat, war spezifisch für eine vorgegebene Route. Das heißt also, sie war gar nicht dafür gedacht jetzt irgendwie, dass der Autopilot genau das gleiche auf der Straße kann, sondern dieses Video oder für das Video wurde ganz, ganz viel gemacht, was auch wirklich nur auf dieser einen Route funktioniert, wie zum Beispiel halt diese 3D-Karte. Und das ist natürlich relativ negativ. Auf der anderen Seite hat der Ingenieur selber gesagt, dass er nicht weiß, was Elon Musk davon dann selber wirklich wusste. Er selbst hat nochmal beteuert, dass er keine Ahnung hat und Elon Musk überhaupt gewusst hat, welche Pannen hierbei aufgetreten sind und welche Vorbereitungen man getroffen hat. Das sei aber insgesamt auch gar nicht die Absicht gewesen des Videos, dass man irgendwie zeigt, ja der Autopilot kann jetzt sofort das, sondern die Absicht des Videos war, dass man eigentlich das Potenzial des Autopilot-Systems zeigen möchte. Das ist zumindest seine Aussage. Und damit kommen wir jetzt auch zu Sanofi, denn Sanofi konnte ein kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen. Im Jahr 2022 konnte Sanofi den Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 7% steigern. Wenn man sich das Ganze jetzt allerdings nicht währungsbereinigt anguckt, sondern zur schwachen europäischen Währung, wie wir sie nun mal hatten, dann ist der Umsatz sogar um 14% angestiegen und zwar auf 43 Milliarden Euro. Unterm Strich ist der Gewinn sogar um 8% auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie war es sogar so, dass man währungsbereinigt ein Plus von 17% vorweisen konnte. Im Jahr 2023 geht man dagegen allerdings davon aus, dass man deutlich gewinnere Zuwächse beim Ergebnis haben wird und das wurde nicht wirklich positiv aufgenommen. Und damit kommen wir jetzt auch zu den Big Techs und fangen mit Amazon an. Die haben etwas enttäuscht. Der Umsatz war zwar gut, 149,2 Milliarden US-Dollar Umsatz wurden gemacht, erwartet wurden nur in Anführungszeichen 145,8 Milliarden. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,2 US-Dollar, erwartet wurden 0,17 US-Dollar. Aber das sehr, sehr wichtige Segment, die Cloud und AWS allgemein, also Amazon Web Services, das ist nicht wirklich stark gewesen. 21,38 Milliarden US-Dollar Umsatz hat man gemacht. 21,76 Milliarden US-Dollar wurden erwartet. Auch der Ausblick war eher schlecht. 121 bis 126 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet man im laufenden Quartal. 125,5 Milliarden Dollar wurden erwartet. Das heißt also, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch an der Spanne, die man dort vorgegeben hat. Gehen wir jetzt auch direkt rüber zu Alphabet. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,5 US-Dollar, erwartet wurden etwas mehr, 1,15 US-Dollar bis 1,20 US-Dollar. Der Umsatz lag bei 76,05 Milliarden US-Dollar, erwartet wurden 76 bis 76,5 Milliarden US-Dollar. Das heißt also hier auch ganz, ganz unten in der Spanne beim Gewinn je Aktie sogar da drunter. Im Umkehrschluss heißt es im Übrigen, dass man nur ein Umsatzwachstum von 1% vorweisen konnte. Wenn man es währungsbereinigt rechnet, sind es immerhin 7%. Die Mitarbeiter sind übrigens ziemlich stark angestiegen. 156.000, zumindest rund 156.000 hatte man angestellt. Am diesem Jahresende waren es dann tatsächlich 190.000. Also nicht dieses Jahresende, sondern natürlich Jahresende 2022. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Unternehmen und zwar Apple. Denn Apple hat einen Umsatz von 117,15 Milliarden US-Dollar vorweisen können, erwartet wurden 121,1 Milliarden US-Dollar. Auch der Gewinn je Aktie war unter den Erwartungen 1,88 Dollar, wurden erwartet 1,94 Dollar sind es geworden. Die iPhone-Verkäufe sind gefallen. Der Umsatz mit den iPhone-Verkäufen betrug nur noch 65,8 Milliarden Dollar. Vorher waren es im Übrigen 71,6 Milliarden Dollar. Und ganz wichtig, der Servicebereich. Der war nämlich sehr, sehr enttäuschend, muss man einfach sagen. Der Servicebereich ist natürlich sehr wichtig. Also das im Prinzip, wo man relativ, ja sagen wir mal eine hohe Gewinnspanne hat, weil man natürlich keine materiellen Produkte verkauft. Und hier war der Umsatzanstieg sehr, sehr klein. Von 19,5 Milliarden US-Dollar nur auf 20,8 Milliarden US-Dollar. Und das ist einfach schlichtweg viel weniger, als man erwartet hatte. Kommen wir mal zu Starbucks. Und dort gab es ein großes Problem. Ich versuche das Ganze jetzt noch relativ kurz zu halten, weil die Aktienschau schon sehr lange ist. Und zwar ist das Problem China gewesen. Denn China ist natürlich wichtig für Starbucks. Und flächenbereinigt ist der Absatz in China im Jahresvergleich um 29 Prozent eingebrochen. Im China-Geschäft hat man weiterhin sehr, sehr große Sorgen. Auch unter anderem aufgrund des Covid-Lockdowns. Übrigens, der Heimatmarkt war ganz gut. Insgesamt erhöhte Starbucks auch die konzernweiten Verkäufe. Und zwar um insgesamt 5 Prozent. Das ist aber leicht unter den Markterwartungen. Übrigens, auch der Gewinn blieb unter den Prognosen. Und zwar mit 855 Millionen US-Dollar. Das entspricht ebenfalls einem Anstieg von 5 Prozent. Aber wie gesagt, trotzdem Umsatz und auch Gewinn unter den Erwartungen. Kommen wir als nächstes direkt zu Qualcomm. Die konnten einen Umsatz von 9,5 Milliarden US-Dollar machen. Das ist ein Minus von rund 12 Prozent. Der Gewinn brach sogar um gut ein Drittel ein. Und zwar auf 2,2 Milliarden US-Dollar. Qualcomm hat natürlich vor allen Dingen viele wichtige Sachen im Bereich Modems. Also alles, was Mobilfunknetz angeht. Nicht nur die Prozessoren. Und dort ist es so, dass dieser wichtige Markt etwas nachgelassen hat. Und zwar ist es insgesamt so, dass der weltweite Smartphone-Abseits im vergangenen Quartal um rund 18 Prozent zusammengebrochen ist. Das heißt also Qualcomm ist natürlich auch davon sehr, sehr stark betroffen. Für das laufende Vierteljahr wird man einen deutlichen Umsatzrückgang haben können, eventuell. Man rechnet damit, dass man zwischen 8,7 und 9,5 Milliarden US-Dollar Umsatz machen wird. Nochmal ganz kurz zum Vergleich. Im vergangenen waren es 9,5. Das heißt, man müsste absolut die oberste Spanne, also den absolut besten Fall erreichen, um überhaupt auf dem gleichen Niveau zu bleiben. Und wenn wir jetzt einfach mal von der Mitte der Spanne ausgehen, also von 9,1 Milliarden US-Dollar, dann hätte man mal eben ein Minus von 18 Prozent im Jahresvergleich an Umsatz. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht, und zwar GoPro. Die haben einen Gewinn von 0,12 US-Dollar je Aktie vorgewiesen. Erwartet wurden nur 0,093 US-Dollar je Aktie. Allerdings im Vorjahresquartal lag der Gewinn noch bei 0,41 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz lag dann tatsächlich aber unter den Erwartungen mit 321,02 Millionen US-Dollar. Erwartet wurden 324,7 Millionen US-Dollar. Und im Vorjahreszeitraum waren es übrigens noch 391,2 Millionen US-Dollar. Im Gesamtjahr 2022 konnte GoPro einen Gewinn je Aktie von 0,47 US-Dollar erreichen. Im Vorjahr waren das noch 0,9 US-Dollar. Insgesamt war das Jahr einfach schlichtweg vom Umsatz vor allen Dingen nicht gut. Auch wenn man vom Gewinn her die Schätzung tatsächlich schlagen konnte. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Freut uns auf jeden Fall. Und damit danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.